Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Spiel. Es nennt sich Enter to the House, also das Haus betreten, ins Haus reinkommen. Hilf ihm, wenn du willst, sagt der Autor uns. Ja, wollen wir... Ach ja, vollbringen wir mal die gute Tat des Tages und helfen ihm und spielen. Ich muss in mein Zimmer kommen, verschlossen. Nur eine Pflanze. Nein, hier ist nichts. Ja, du musst mir helfen. Es ist immer noch nur eine Pflanze. Und wir haben in unserer Verzweiflung schon das Fenster eingeschlagen. Mit diesem Glassplitter können wir die Fußmatte aufschlitzen. Und in der befindet sich natürlich ein Hammer. Was kann ich damit tun? Da ist etwas. Ja, eine Schrotflinte, klar, hat jeder in seiner Topfpflanze. Ich weiß nicht. Ich weiß, was ich tun werde. Grün, komm her. Grün ist mein Haustier. Komm, sei nicht schüchtern. Guter Junge. Warum muss alles auf die gleiche Art enden? Der Schlüssel. Haustiere, sie essen alles. Und rein mit uns. Also, ich hab Hunger. Ja, verschlossen. Dann gehen wir mal weiter hier. Ja, mit WG-Kumpeln zu leben kann schwierig sein. Hier ist ein Schlüssel. Den wir aber nicht bekommen. Was ist das? Was kann ich mit einem magischen Spray anfangen? Keine Ahnung. Hier kann man... Du hast deine Arbeit noch nicht erledigt. Genau. Und deswegen müssen wir zurückgehen. Und durch den Schlüssel können wir bekommen. Und mit dem Schlüssel lässt sich der Kühlschrank öffnen. Da ist eine böse Maus in meinem Kühlschrank. Was kann ich damit tun? Bumm, bumm, bumm. Oder? Oh. TNT. Das stecken wir mal ins Mauseloch. LOL. Die böse Maus ist weg. Wie soll ich nach einer Pizza... Wie soll ich eine Pizza bestellen mit diesem... ähm... Mobil? Also mit diesem Telefon? Oh. Ja, einfach die Nummern drücken. Würde ich mal sagen. Da ist... Das haben wir schon. Aber das hier ist ja noch... auch noch für irgendwas gut. Ah. Ja, ach, das kann man so bewegen. Jetzt schwebt es in der Luft. Ja. Ah, hier steht etwas. Neun, sieben, drei, acht, sieben, fünf. Neun, sieben, drei, acht, sieben, fünf. Die Pizza. Du bist zu deinem Haus gegangen und hattest ein normales Leben. Ja. Geheimes Spiel? Hm. Na, nochmal brauchen wir es nicht. Ja, ein Anziehspiel. So. Hm. Ja, ich... Nochmal. Ja, jetzt kommt wieder das Spiel vom Anfang. Gut, und damit sage ich dann auch... Ich verabschiede mich und tschüss.